Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Pokémon-Ranking. Ich habe mir gedacht, ich ranke mal alle neun Generationen an Spielen. Ich werde es hier so machen, dass ich aber Rot, Blau und Gelb, Feuerrot, Blatt, Grün und zum Beispiel Let's Go in einem Spiel zusammenfasse, also eine Generation, weil sonst haben wir hier unendlich viele Spiele, also in dem Fall, dass ihr da Bescheid wisst. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr sie rankt. Ich werde erst mal meine Ranks euch gleich sagen und warum und danach am Ende auch nochmal, wie die Metacritic ist. Also Metacritic sammelt ja von ganz, ganz vielen Seiten die Ranks und macht dann eine Allgemein-Rank, so wie halt weltweit das Spiel so gesehen gerankt wird, so ein Durchschnitt. Und am Ende zeige ich euch nochmal, welche Pokémon da auf Platz 1 und auf Platz Nummer 9 sind, weil das ist wirklich echt überraschend. Also, wir haben neun Generationen, wir starten mit Platz Nummer 9, also dem letzten Platz. Ich möchte auch vornweg sagen, kein dieser Spiele ist wirklich richtig schlecht, also auch Platz 9 ist immer noch ein gutes Spiel und das ist für mich Pokémon Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Mir ist es schwer gefallen, ehrlich gesagt, aber das ist die Generation, wo ich auch am wenigsten mit verbinde. Das ist die einzige Generation, wo ich die Starter alle drei nicht gut finde. Ich mochte die Legis eigentlich, ja, C-Crom, Rechram sind ganz cool, auch mit Kyrim. Aber irgendwie war das eine Generation, die mich einfach null überzeugt hat. Ich bin ganz ehrlich, auch Schwarz und Weiß 2 war dann so, das war ja das erste Mal, wo relativ früh, oder generell das erste Mal eigentlich eine 2 dran steht, ja, so nach Ultra-Sonne, Ultra-Mond war das, also das kam ja später, aber es war so das erste Mal, dass direkt danach ein zweiter Teil kommt. Und mir hat das vom ganzen Setting, die Pokémon in dieser Generation, die Story, ja, die Story war ganz gut in dem Spiel, aber irgendwie hat sie mich nicht abgeholt. Es ist schwer zu sagen, wisst ihr, weil es ist ja, ich muss immer noch, wie gesagt, es ist immer noch ein gutes Spiel, ja, es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist halt vom Ranking das was, wo ich am wenigsten im Endeffekt sage, das war geil. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich kann es sein, wenn wir eventuell als nächstes, und die Zeichen verdichten sich ja, wirklich ein Schwarz und Weiß-Remake bekommen für die Switch, dass natürlich das ganz cool sein könnte. Das könnte das Ranking weiter nach oben treiben, aber zumindest für mich aktuell Platz Nummer 9 ist Schwarz und Weiß mit Schwarz und Weiß 2 auch noch dazu. Platz Nummer 8 ist mir auch sehr schwer gefallen. Oh Gott, ist mir das schwer gefallen. Ich habe mit 8 und 7 ein bisschen mein Problem gehabt. Es ist Diamant und Pearl und Platin und Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Ja, viele werden jetzt sagen, was, warum machst du die denn so weit unten? Also ich mag Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sehr, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe die alten Teile damals nicht so stark gespielt, aber Strahlender Diamant und Leuchtende Perle war für mich einfach richtig Bock gemacht. Mir hat die Story gefallen, mir hat das Spiel gefallen. Ich fand auch die ganzen Features cool. Es ist wie gesagt kein schlechtes Spiel. Die Legis, ja, jetzt werde ich gleich Hate kassieren. Ich bin nicht der größte Dialga und Palkia-Fan, bin ich ganz ehrlich. Oh Gott, shame. Ich lese die Kommentare schon. Giratina, Arceos fand ich cool. Auch die Starter waren auf jeden Fall nicht schlecht. Es war zum ersten Mal, wo ich keinen Feuerstarter genommen habe irgendwie. Aber, obwohl doch, eigentlich habe ich noch vorher gespielt. Panflam? Doch, 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 alles zurück. Panflam war relativ cool eigentlich. Ja, also es war eine gute Generation. Die Legis waren okay. Die Story war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, sie hat Bock gemacht. Wir haben auch mit Cynthia im Endeffekt den besten Champ aller Spiele. Also vom Führigkeitsgrad und auch vom ganzen Aufbau her. Deswegen ist es wirklich schwer gefallen, ihn eigentlich so weit unten zu ranken. Eigentlich müsste es viel weiter oben sein. Aber das Problem ist, es sind ja auch andere Spiele dabei, die ich einfach noch einen Ticken besser fand. Deswegen muss ich ehrlich gestehen, ist für mich leider Gottes die Generation Platin und Diamant auf 8. Ja, es tut weh, ohne Mist. Platz Nummer 7, Leute. Ja, jetzt kommt's. Der nächste Hate. Kamezin und Purpur. Ja, für mich ist Kamezin und Purpur nur leider Platz 7 und hier habe ich sogar fast mehr negative Punkte. Deswegen wäre es beinahe Platz 8 geworden. Es ist für mich das Pokémon mit dem wenigsten Pokémon-Inhalt. Und die ganze allgemeine Sache gefällt mir. Ja, mal ganz ehrlich. Tun wir auf Kamezin und Purpur das Pokémon wegstreichen im Titel, hat dieses Spiel nicht so viele coole Dinge. Wir haben die Performance-Probleme, wir haben, dass die Rates nicht gut funktionieren. Wir haben, ja, ich sag mal jetzt gerade, letzten Wochen war Content ein bisschen schwach. Aber nicht nur das. Wir haben eine Open World bekommen, aber ich finde die Open World an vielen Stellen nicht so interessant. Ich muss ehrlich gestehen, mir fehlen so ein bisschen die Point of Interest. Also was meine ich damit so? Diese Orte, die mich an einem Spiel, wenn ich an Rot und Blau denke, habe ich hier Vertania, Wald, wir haben die Zinnoberinsel, wir haben diese ganzen, ganzen Orte, die einfach sehr markant waren. Und auch bei Schwert und Schild, was eine Tiles Open World so gesehen hatte, gab es viele Orte, wo ich sag, ich erinnere mich sofort an diesen Ort, wenn ich dran denke. Da kann man so ein Purpur, denke ich, an Wiesen, Berge und Wüste. Wisst ihr, es ist nichts so krasses. Die Städte haben keine begehbaren Häuser mehr richtig, so wie es mal früher war. Gehen die ganzen Häuser rein, habt NPCs für Nebensachen vielleicht gar nicht mehr. Die Arenen super langweilig gestaltet, Pokémon-Liga sehr langweilig gestaltet. Guckt euch mal alte Pokémon-Liga an, oh mein Gott, wie cool. Da war sogar in Schwert und Schild die Arenen so gesehen besser gestaltet. Ähm, keine Fossil-Pokémon zum ersten Mal, keine Fossil-Pokémon der neunten Generation. Es sind so viele Dinge, die ich nicht so gut finde. Natürlich finde ich den Aspekt der Online-Rates, des Zusammenspielens, des Endcontents, der Vorbereitung, der sehr, sehr vielen Quality-of-Life-Anpassungen, wie Shiny-Hunten ist leichter geworden, Pokémon-Vorbereiten ist leichter geworden, was mir persönlich mehr Spaß macht. Ich meine, das ist das Game mit den meisten Spielstunden, wo ich hab von Pokémon. Ich bin weit über 1000 mittlerweile, auch ein bisschen wegen YouTube. Aber deswegen, es hat sehr viele gute Aspekte, aber die negativen Seiten, weiß ich nicht, ziehen es für mich halt sehr, sehr weit nach unten. Es kann sein, dass die DLCs das Game für mich ein bisschen mehr retten, dass es weiter oben ist. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber einfach die anderen waren besser. Das ist halt einfach das, wo ich es für ETH ranken würde. Platz Nummer 6 ist für mich Sonne und Mond. Hier spielt Ultrasonne, Ultramond gar nicht so viel mit rein, weil ich damals das fast unnötig fand. Klar, ich weiß, auf dem 3DS gab es keine DLCs, aber für mich wirkte Ultrasonne, Ultramond eher wie ein DLC, was einfach hinten dran hätte gepackt werden können, wenn es DLCs gegeben hätte auf dem 3DS. Aber Sonne und Mond fand ich eigentlich ganz cool. Ich mochte die Atmosphäre von Alola, ich mochte die Regionalform. Ich fand auch die Aufgaben, dass man halt keine richtigen Arenen hatte, sondern eher diese Challenges eigentlich ganz cool. Auch der Aufbau mit den VMs, besser gesagt, fand ich damals sehr stark. Das ganze Feeling, die Starter waren cool, die Legis waren eigentlich nicht schlecht, also Olga Leo, Luna, da fand ich cool. Die Storyline war nice. Wie gesagt, auch gerade mit Ultrasonne, Ultramond, so das erste Game mit so einem Endcontent, in Anführungszeichen, mit diesen Ultra-Porten. Wir hatten die nochmal die Inspector-Story, obwohl die auch bei einem anderen Game nochmal vorkommen. Im Insgesamtpaketen fand ich Alola wirklich sehr stark und deswegen für mich auch Platz Nummer 6. Ich freue mich, dass wir in ein paar Jahren irgendwann mal vielleicht ein Remake sehen, in vielleicht 10 Jahren oder so, aber geile Generation. Ja, Leute, in die Top 5, ich musste es in die Top 5 setzen, ist die originale Story, die originale Trilogie. Rot, Blau, Gelb, aber auch mit den Remakes Feuerrot und Blattgrün. Ich nehme mal Let's Go mit rein, aber die sind für mich nicht ganz so im Gewicht, weil sie doch schon stark anders waren. Es waren damals geile Spiele. Dafür, dass es die ersten waren, hatten wir einen guten Aufbau der Story. Wir hatten viel zu tun, ob es die Team Rocket Story nebenbei war, ob es ein paar tragische Sachen waren mit Tragossos Marm. Die Arena-Leiter waren eigentlich ganz okay. Die Pokémon-Liga war okay. Die Map war auch richtig schön. Es war ein guter Aufbau, so nach da, nach da. Es war richtig gut. Natürlich die Starter, die legendären Pokémon, die sind alle wirklich halt on point, muss man sagen, dass sie da eine wirklich richtig, richtig gute Story abgeliefert haben. Und mit Feuerrot und Blattgrün, muss ich sagen, waren die Remakes damals echt gut. Ich finde, bis heute sind das Spiele, die man spielen kann. Wenn man nicht so sagt, mich stört die Grafik, finde ich, dass man einfach besonders Feuerrot und Blattgrün heute immer noch sehr, sehr gut spielen kann. Ja, Blatt Nummer 4 ist für mich die Generation, die ich, glaube ich, am zweitmeisten Spielstunden, ja, vielleicht drittmeisten Spielstunden habe. Rubin, Saphir, Danzmaragd und natürlich auch Omega, Rubin und Alpha-Saphir. Ich fand damals, war das für mich persönlich ein Meilenstein an Spiel von Gold und Silber auf Rubin und Saphir. Grafik war richtig top auf dem Advance damals. Ich fand auch da die Story mit Team Magma und der Weltuntergang und mit Krodon und Kyokre, dass wir die aufhalten müssen. Richtig gut gemacht. Also Storytelling für diese Nebenmissionen waren, finde ich, in den 3DS, also generell in DS-Spielen oder auch Advance- und Gameboy-Spielen damals richtig gut. Ja, wenn wir das mal mit Kamsin und Popo vergleichen, mal zum aktuellen Verhältnis. Wir haben jetzt Team Star Story, wo wir fünf Schüler zurück zur Schule holen müssen. In Team Rocket musste man daran hindern, die gestohlenen Pokémon mussten wir freilassen, die Weltherrschaft. Bei Rubin und Saphir mussten wir Team Magma und Team Aqua aufhalten, und dass die Welt nicht kaputt geht. Wisst ihr, was ich meine? Die Storylines waren richtig stark. Auch da fand ich die Arenen richtig cool von der Optik. Ich werde bis heute immer noch die Eis-Arena nicht vergessen, wo man dieses Muster laufen musste. Oder zum Beispiel auch die, was ist der Fünfte Orden? In den Baumhäusern mit Altaria zum Beispiel als Boss. Das sind nur Sachen, die haben sich hier oben eingeprägt. Und die sind mittlerweile schon 20 Jahre alt. Und das meine ich so mit diesen speziellen Momenten. Gerade die älteren Spiele hatten davon sehr viele. Und auch das Feature dann in Omega Rubin, Alpha Saphir mit der Proto, so genau, Proto Kyokre, Proto, fand ich richtig nice gemacht. Hat mir sehr gut gefallen, die Mega-Entwicklung da in dem Fall so gesehen, die Mega-Entwicklung. Auch das Feature mit Latias und Latios über die Karte zu fliegen, zu Orten runter zu gehen, das war super cool, ohne Mist. Also bis heute, ich würde mir wünschen, aber auch das wird wahrscheinlich nie passieren, wäre ein Remake auf der Switch richtig, richtig nice. Oder falsch, auf dem Switch-Nachfolger. Würde ich sofort spielen. Aber auch so, man kann heute noch, wenn ihr ein 3DS habt, locker Omega Rubin Alpha Saphir spielen. Und ihr habt immer noch ein richtig, richtig gutes Spiel. Wir kommen in die Top 3, Leute. Und für mich verdient ist eigentlich Gold und Silber. Und auch Hardgold und Soul Silber. Warum? Ja, im Endeffekt, es waren die einzigen und ersten Spiele, die ein richtiger Nachfolger waren. Weil im Endeffekt baut ein bisschen Silber und Gold auf Rot und Blau. Wir haben im Endeffekt wieder die Kanto-Region. Wir haben aber das Ganze ausgebaut mit der Sinnoh-Region. Wir haben sogar am Ende im Silberberg den Prinzip gegen Rot aus Teil 1, also aus Rot und Blau zu kämpfen. Also es war ein Aufbau. Es war das erste Mal, dass Pokémon das gemacht hat, was ich mir bis heute sinnigst wünschen würde, dass sie diese Schiene fahren. Sie haben etwas genommen, was sie bereits haben, haben davon sehr viele Aspekte genommen und haben sie einfach nur verbessert. Gold und Silber ist im Endeffekt wie Rot und Blau und nur ein bisschen schöner von der Grafik gewesen. Wir hatten einfach mehr Arena, wir hatten mehr Pokémon, wir hatten Weiterentwicklung, wir hatten mehr Features bekommen. Das, was ich mir wünschen würde, ja, auch im heutigen Film auf Kamsin und Purpo, es muss nicht jedes Spiel meines Erachtens einfach komplett neu entwickelt werden, sondern man kann einfach das nehmen, was man bereits hat und upgradet es einfach nur. Aber gut. Deswegen, deswegen war für mich Gold und Silber auch da mit Lugia, Ho-Oh, auch da die Story nebenbei, fand ich eigentlich sehr gut und deswegen ist es für mich ein verdienter Platz Nummer 3. Ja, Leute, jetzt war es für mich sehr schwer. Jetzt war es für mich wirklich schwer. Jetzt muss ich ein bisschen ringen. Platz Nummer 2. Ist X und Y. Für mich bis heute, Ivelthal, das geilste legendäre Pokémon von allen legendären Pokémon. Also wirklich Ivelthal, feiere ich. Die Storyline war damals geil. Ich fand, das war für mich das beste 3DS-Spiel von Pokémon. Ich fand die Optik cool. Die Starter waren geil. Die Legendären waren cool. Die Story war auf jeden Fall mega. Auch da mit dem Weltuntergang und der ganze Kram von der Storyline richtig, richtig gut gemacht. Es war für mich der Höhepunkt der Pokémon-Spiele zu dem Zeitpunkt. Ich sagen muss, okay, das habe ich mehrmals durchgespielt. X und Y haben mir geholt. Nice. Also ohne Mist, das war für mich einfach das beste. Das beste Pokémon-Spiel auf dem 3DS. Jetzt sagt er aber, hey, warum sagst du die ganze Zeit das Beste und es ist halt nur auf Platz Nummer 2 genannt? Ja. Ich habe, wie gesagt, habe ich sehr lange überlegt und für mich ist Platz Nummer 1 Schwert und Schild. Ja, wie die sagen, was? Schwert und Schild? Ja. Schwert und Schild war für mich das Pokémon, wie ich mir ein Pokémon-Spiel wünschen würde. Ja, die Naturzone war ein bisschen ausbaufähig. Haben sie aber die DLCs, haben sie diese offenen Welten ein bisschen besser umgestellt. Aber ich fand, Pokémon Schwert und Schild war das, wie ich mir Pokémon-Spiele wünschen würde. Ich brauche nicht dieses Open World wie in Kamesin und Purpur. Mir würde das reichen, wie es in Schwert und Schild war. Die Routen, wie sie damals waren, nur schön ausgebaut. Ich meine, ich meine ehrlich, Schwert und Schild hat eine wunderschöne Grafik. Die Gebiete sehen schön aus. Eine Route sieht einfach sehr gut aus. Erinnert euch an, an was erinnert ihr euch zum Beispiel? Ich erinnere mich an diesen schönen, bunten Wald vor dem Feenorden zum Beispiel. Der war richtig gut gestaltet. Und mir würde das reichen. Von mir aus könnten sie diese Grafik, oder diese Art Spiel dauerhaft beibehalten, einfach nur ausbauen. Die Arenen hatten ein gutes Setting. Die Features wie Dynamax zum Beispiel. Ich habe die Features gar nicht mehr erwähnt bei den Sachen. Also wir hatten doch Mega-Entwicklungen zum Beispiel XY. Richtig, richtig geil. Deswegen auch da nochmal auf Platz Nummer 2 nochmal nebenbei. Dynamax hier auf jeden Fall. Ein cooles Feature. Aber das Gesamtpaket, die Story war ja nicht ganz gut. Auch, dass hier Endiunalos angreift. Und wir haben mit Zechen und Summercenter, die das Ganze beschützen wollen. Es gab ein paar Cutscenes. Wir hatten ein bisschen Afterstory. Wir hatten zum ersten Mal richtige DLCs gehabt. Das erste war ein bisschen schwach. Das zweite war besser. Das Gesamtpaket, auch bei den Terror Raids. Ich hatte damals nicht so das Gefühl, dass die Terror Raids so krasse Probleme machen, wie in Kamesin und Purpur. Und deswegen ist das für mich eigentlich Platz Nummer 1, weil ich es mir wünschen würde, dass in Zukunft alle Pokémon-Spiele eher in diese Richtung gehen, anstatt in das, was Kamesin und Purpur macht. So, das war meine Top 9, so gesehen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure in die Kommentare. Und jetzt werde ich euch mal ganz kurz sagen, wie Metacritic, also gesehen, die Welt, die Pokémon-Spiele gerankt hat. Platz Nummer 9 gibt es nicht, weil es gibt Doppelbesetzungen. Platz Nummer 8 gibt es auch nicht, aber laut Metacritic das schlechteste Spiel der Hauptreihe ist Kamesin und Purpur. Ja. Das ist wirklich auch Platz, ganz, ganz, ganz hinten mit nur 72 Punkten, wirklich sehr schwach. Dann haben wir auf Platz Nummer 6 Schwert und Schild mit einer 80er-Wertung. Es gibt zwar auch bei Strahlen, also Strahlen hat jemand Leuchtener Perlerte 73 im Endeffekt, also von der Wertung her wäre das ein Ticken weiter unten. Also rein theoretisch wäre Kamesin und Purpur, dann Strahlen hat jemand Leuchten eine Perle, dann würde Schwert und Schild kommen, laut den Rankings. Dann kommen Feuerrot und Blattgrün. Dann haben wir Rubin, Saphir und Smaragd. Dann würde im Prinzip kommen Alpha, Saphir und Omega, Rubin. Dann hätten wir mit, wo haben wir es, Ja, jetzt haben wir mehrere. Wir haben Hardgold, Soul, Silver mit einer 87er-Wertung. Wir haben Schwarz und Weiß mit einer 87er-Wertung. Wir haben Sonn und Mond mit einer 87er-Wertung. So gesehen Platz 2 und Platz 1 laut Wertung mit 88 Punkten ist X und Y. Da war doch mein Ranking nicht ganz so verkehrt, oder? Ich bin doch zumindest relativ nah dran gewesen. So, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum Ende und ciao.